Wiener Börsensäle. Statt Aktien stehen heute die 37 Bachelor- und Masterabsolventen des Instituts für Journalismus und Medienmanagement hoch im Kurs. Zur Sponsion denkt so manch eine gerne wieder an den Anfang ihrer Studienzeit zurück. Das war eigentlich der allererste FH-Tag, wo ich in die FH gekommen bin und mir gedacht habe, das sind da alles für Leute, was erwartet mich da. Dann habe ich gleich in der ersten Stunde sozusagen die Steffi wiederentdeckt und mit mir beim Assessment Center war. Und danach waren alle gleich was zu trinken und das war einfach super. Es kann nur gut werden. Obwohl der Arbeitsmarkt so ist, wie er ist, nämlich schlecht, noch immer sehr viele Menschen etwas mit Medien machen wollen. Also Medien sind sexy, Medien ziehen an. Eine Journalistin mit Leib und Seele ist Sibylle Hamann. Seit mehr als zehn Jahren unterrichtet sie neben ihrem Job an der FH Wien der WKW. Dabei fordert sie die Jungjournalisten auf ihre eigene Art und Weise. Ich schicke die Leute beinhart vom ersten Moment an hinaus. Und da ist immer dieser bange Moment, dass alle direkt wissen, was tue ich denn dort draußen überhaupt. Kann ich einfach so wo anklopfen, kann ich in ein Lokal reingehen, kann ich mit Menschen reden, wie geht das? Also die ganz banalen Grundregeln der Kommunikation, hat man das Gefühl, muss man erst einmal sich trauen, sie wieder anzuwenden. Weil wir es einfach so gewöhnt sind, alles vor dem Computer und vor dem Bildschirm zu machen. Vor allem ungewohnt auf einen Weg zu recherchieren, den man jeden Tag geht zu erfahren. Und einmal dort ganz anders zu denken und einmal auf die Leute zu schauen, die so vorbeigehen. Und wir haben auch alle interessante Geschichten mitgenommen, durch das, dass wir uns einmal für das interessiert, was um uns passiert. Ich sage immer so gern, alles was ich online finde, hat schon jemand anderer erzählt. Wenn ich etwas Neues finden will, muss ich mich selber auf die Socken machen. Das sind die Basics. Die richtige Aufgabe jedoch kommt jetzt erst. Mich wundert das manchmal und das schreckt mich manchmal, wenn ich beobachte, wie wenig neue Information eigentlich drinsteckt in diesem ganzen Wust an Geschichten, die wir jeden Tag hören. Irgendeine fußikleine, blöde Twitter-Meldung wird dann dreimal durch den Fleischwolf gedreht und 150 Mal wiederholt. Und man fragt sich die ganze Zeit, Leute, gibt es nichts Wesentliches zu berichten da draußen aus der Welt? Die große Challenge, vor der wir stehen und vor der jetzt speziell die jungen Journalisten und Journalistinnen stehen, um das wirklich einmal neu anzugehen. Die richtigen Eigenschaften haben die FH-Abgänger dazu. Viele Journalistinnen und Journalisten sind besonders kreativ, nehmen es manchmal mit der Pünktlichkeit nicht so genau, sind vielleicht manchmal ein bisschen frech und neugierig. Ich glaube, das soll auch so sein. Ich bin heute wieder ein bisschen zurückerinnert worden an die Studienzeit, weil irgendwie kommt es mir doch schon lange hervor. Ich habe die Prüfung schon im Juli gemacht und mittlerweile haben wir Oktober. Aber es war jetzt einfach ein schöner Abschluss heute und nochmal alle Kollegen zu sehen und nochmal mitzubekommen, was die hier zu machen. Und ja, also es war einfach ein schönes Zusammenkommen und mit dem Gefühl gehe ich jetzt hinaus. Und mitgeben möchte Sibylle Hamann den Absolventen bei ihrer Festreder. Nehmen Sie nicht so viel Umsicht, denken Sie nicht an den Applaus und haben Sie vor nichts und niemandem Angst. Ich glaube, Sie müssen es ihn kriegen. Applaus Applaus Vielen Dank.